Hallo und herzlich willkommen zu einer ALT-die-Fresse-jetzt HALT-die-Fresse-jetzt HALT-die-Fresse-jetzt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FEDWALLS auf meinem Kanal mit dem Team Seibert der gar nicht versucht hat meine Aufnahmen zu stören und versucht meinen Achtung ich sage es jetzt Eisen zu klauen ich schwöre dir wenn du das Eisen bekommst werde ich dir das nächste Mal wenn wir uns treffen wir ins Gesicht scheißen ich habe so kommt ha 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 er wird ja nicht ins Gesicht bekommen geschissen haare er wird sich zur Mitte oooohh scheiße es kommt Entschuldigung manchmal habe ich ein Schließmuskelriss aber das kommt automatisch kann ich halt leider nichts dagegen tun so die Blöcke das ganze kam vielleicht jetzt gerade ein bisschen wield aber wir gehen in die Mitte und ficken alle weg von einem lieben Kaktus oh die sind schon ziemlich früh in der Mitte aber das witzige ist halt das keine Art so eine geile Rüstung wie ich doch deine Mutter kann gar nicht stimmen meine Mutter hat gar keine Rüstung der hat einen Panzer 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 der baut keinen Meter hoch ja das bringt uns überhaupt gar nichts was hochzubauen natürlich bringt uns das was was denn geh weg oh du bist so ein Idiot spring runter das ist der größte Idiot auf Erden da kann ein Idiot auf Erden da kann ein Idiot auf Erden da kann ein Idiot auf Erden du wirst sterben in 3, 2, 1 wenn einfach mal einer im Boden backt ne kann ich auch nix für verpestig mein Eisen achschu die haben eiskalt ok Achtung der darf nicht wieder zurück alles easy ey was denn Hacker grün kommt die sind grün achso ups ich bin so behindert ach ne oh einer baut sich ganz nach oben einer von Team ich weiß nicht was ich bin tot warte mal aber wir sind nicht rot Entschuldigung und du hast dir das ganze Eisen genommen und ich kann mich dich ausrüsten danke und du hast dir die ganze Bronze genommen warum hast du denn die ganze Bronze genommen zu mir ernst das ist mit deinem Bau geh ich hab ich hab da nichts oh man das ist immer so dumm an dir du nimmst einfach alles ja und du nimmst nicht ein Stück oder so ach so man soll also nicht in die Mitte gehen um zu versuchen irgendwie was zu bekommen ne eigentlich fast immer das ist es ja ja aber ich kann da nicht ein zweites mal reinrennen wenn du alles Klaus und wir können spüren heute Gürtel von Halt Viertel L L achso das ist ich bin ich bin dankbar ich sage danke danke doch bitte nicht bei deinem Benehmen Kuchen zu machen Köln Alter warum bauen sie sich so krass da oben ich verstehe die logik dahinter nicht es wird ein gelder gelder es wird ein gelder von den sterben ich habe nichts gebaut ich habe nichts gebaut gott getötet ich bin so ein krasser boss der voll größer bus rot ist tot ich habe ich habe den letzten roten getötet vier gold vier ich gebe dir das damit der für den bogen ich gebe dir das gold weil ich brauche ich bin mit dem bogen scheiße deswegen aber auch nur deswegen ja ich bin mit ich bin halt der klick ausweisen ok ja nein sehr schön team gelb habe ich jetzt team gelb hat nämlich jetzt einen der von denen halt getötet und das ist gut wenn die aufräumen denn wenn die aufräumen räumt die auf ach so das ist wieder einer von uns boah ich krieg das gar nicht mit es hat mich einer von gelb einfach so überrascht also richtig heftig ist das rot in der mitte ah nice dass da ein eisen drin war super dann kann ich mir einfach jetzt eine fette rüstung machen und die einfach weg klatschen in der mitte ich war noch ein eisen und ein bisschen nein natürlich kommt natürlich unser malian scheiber und nimmt die ganze wenn ich in den real life seh dann werde ich ihm so hart ins gesicht furzen dass ihm hören und sehen vergeht aber mann er kann doch nicht sein er das ist solche mienis geburten es schaffen aus der Regina zu kriechen dann wäre Geburt Entschuldigung für meinen für meine language Wahl falls das ein bisschen verstören klingt da braucht sich einer links zu aber kann auch nicht sehen jetzt sehe ich es untergefallen so und jetzt werde ich dir mit einfach wegficken weil ich keinen Bock habe das wie die gewinnen das gerade gerade auf einmal geleckt ganz kurz aber glaubens kurz auf ein bisschen geleckt weil wohl es müssen geleckt wir sind gelber damit aber der muss sterben ich hasse diesen typen der muss sterben oh nice unsere grüne hat ihn getötet ich hätte ihn aber lieber getötet weil ich bin im töten hat besser wo da oben ist es ach so du hast ihn getötet aber bisher ein bisschen damit bist du das ja sehr schön müssen die mitte jetzt sehen sobald es möglich ist sage ich bescheiden die geld angreifen willst du okay dann gebe ich dir das gold kommen komm ich wollte es gerade auf sagen ja zu gelb also ja oh hier ist ein blockfehler ein fehler des blocks ich hoffe die haben nicht zugebaut ne weil ich habe gar nichts du wirst es schaffen ich habe ich habe ich habe die meisten von denen getötet ich konnte in der chest oh mein gott wenn ich jetzt sterbe oh mein gott ich war falsch bei ihrem scheißbett und dann steht dieser wixer hinter mir alter wie hat er das überhaupt geschafft boah kann doch nicht euer ernst sein ne Hurensohn sag ich nur Hurensohn Zwei gold sind ja in der kiste ja zwei gold bringen mir doch nix jetzt mit zwei gold sag doch mal ehrlich alter von wem wurde getötet der war da und ich hier der war da und ich hier okay wie hat er dich mit dem bogen gekillt hab ihn gekillt ach so ich dachte du wärst gerade gestorben und deswegen hast du auch alter gesagt aber das alter war eher für das ja oder was dafür das ist schon so so hast du denn auch in der mitte platziert oder gehst du dir jetzt erst platzieren kommen auch küssen viele leute in der mitte okay ich freue mich auf stellte die unten hin oder hier oben sicher ich würde ich würde vielleicht eher holen ach so ich sehe es was hast du liebte alles ich habe das voll ich habe das voll ich habe das voll ich habe das voll du dein Bruder ja lichter ist danke was hat sie gesagt was hat sie gesagt sie hat gesagt ich bin keine mutter oder bist du die schraube doch das ist so weinen von jetzt sehe ich mal das gold sieben gold nice ich werde mich zu ihrem bett bauen ist das bett eigentlich außen wenn du verstehst ich meine also oben ist es oben außen ja auf der terrasse wo bist du sehr schön okay bin ich vielleicht gleich da hatte die sind irgendwie auf dem kopf ich bin halt einfach nur in mlg wirklich unser ganzes gott jetzt gestohlen der mali nein man kann nicht sein weil wir haben ein gold ja super danke danke wird alles gestohlen und auch so wie viel eisen gaben wir haben nämlich neu hätte einfach alles schon ich habe keine ahnung bis zu zehn gold in die ich erst gemacht und jetzt alle genommen desto dumm wahrscheinlich wieder ein zweijähriges kind danke so ja sobald ich wirklich irgendwas von ausrüstung habe komme ich okay aber auch erst wenn ich so was habe weil ich habe unterfallen ist ach so jetzt hat er denn jetzt hat er mal das gold abgegeben hat danke so jetzt kann ich kann mir auch im bau holen glaube block absetzen und spitz hegel und bist du gestorben aber sie ich ich bin gelb ist jetzt nur noch einer warum die blauen kommt zu uns ja aber warum du krieg gemäßig in die chest dann nicht wird immer gemäßig was man ich nehme eine zwei ein bisschen bessere spitzhacke und ich nehme mir was zu essen und ich gönne mir blöcke so und das tue ich hier auch ich glaube wir werden werden wurden wir abgeschossen oder nicht ich werde abgeschossen wieder die chest aus okay ich werde jetzt zu blau gehen und wir suchen dann beide sind in der mitte das ist bestimmt nur einer dann das bist du oh mein gott habe ich dich wohl erschrocken erschreckt machen sich da oben der camper station und ich bin gleich bei denen ich wurde ich weiß nicht von wo ich gehittet wurde aber ich wurde von irgendwo gehittet dass ich falle ich weiß nicht von wo wurde ich von hinten gehittet von der der bei der denen in der welt so wo ich von einen bogen gehittet weil ich weiß es nicht aber auf jeden fall ist ja ich komme da nicht hin fertig so einfach ist das und ich habe gerade wirklich eine sehr sehr gute ausrüstung verloren und dieser hohen sondern wieder das ganze scheiß eigengen genommen alter ich würde ihn gerne mal richtig in den arsch ficken entschuldigung wie zum block raum ich hab nichts dazu prob ich dass ich immer was habe obwohl ich nicht weil du immer hinten oder in der mitte bist du bist du gehst nie zu anderen nur ganz am ende ja das geht aber ja also und wenn du sagst jubi zu geld dann gehe ich zu geld danke ja ich habe es gerade mitbekommen danke aus was ist weil du es gibt nein ich habe der auswahl die ganze zurück zu nichts und dann sagt wieder kommt zum mitte obwohl ich schon gesagt habe jodiger es gibt keine kein eisen es gibt hier gar nichts um mich auszurüste ich könnte folge glatt doch könnte ich kann gar nichts dagegen tun gar nichts nein dazu wenn du was hast mitkommen denn unten ist ja sobald ich was habe werde ich zu 100 prozenten mit dem gold gegen das wir doch erreichen ja genau weil gold kann man ja bestimmt benutzen für die rüstung auf jeden fall auf jeden fall also nur mit der schlauste typ auf der ganzen welt ist sie mit absicht zu tun oder ist das irgendwie krankheit nee ich bin nur dich nachher machen es soll auch kein witz sein weil es haben für die eiskalte realität ist aber ich werde mich jetzt tatsächlich auf den weg machen tobias und er wieder das ganze gold genommen nice typ ich habe das gold genommen und es dann in die andere kiste genommen und derzeit genommen von daher so aber wir haben viel nee wir haben viel gold nix und das wenn er das jetzt raus geht er hat raus kam und jetzt geht auch warum hat er das nicht drin gelassen ich verstehe die logik von dem nicht warum hat er gott bitte wenn du die macht hast mir krebs zu geben oder irgendwas dann bitte bitte sei nicht gnädig mit mir und geben irgendwie krebs oder aids damit ich so schnell wie möglich ja und nicht mal so die leute wenn wir haben wollen ja so und die werde jetzt eiskalt zu den rennen ihr scheißbett abbauen und die in den hintern ficken danke so einfach um die nicht weiter gebaut ich verstehe was nicht gut ich dachte schon dass wir unseres gewesen wäre ich ein bisschen ja ich bin nicht hinten ich bin bei denen jetzt echt cool dafür habe ich hier wird auch das ist doch irgendwie gleich ich habe mich erschrocken alter hatte mich erschrocken alter hat der mich erschrocken konnte war man liegt da kann ich sei dass diese wichs missgeboten die ganze zeit irgendwie von links oder rechts abgesprungen bekommen und mann wenn man doch aggressiv weg bitte dann ist er nur noch alleine ja ist noch gelber da erlebt man ja der andere grüne der ist bei uns in der base und und geht zu unserem bett hoch warum und dann wieder runter und ich verstehe nicht was in seinem gehirn abläuft er packt im boden rum kommt jetzt in die mitte schießt doch nicht die tor nicht in die mitte und schießt auch blau kommt nun in die mitte ich glaube gleich bringe ich wieder den aids oder krebs song ganz ehrlich bei der tübe regt mich auf und jetzt guckt er wieder in die kiste alter macht jetzt hin man steht in die kiste zu gucken kannst du irgendein missgebot killen aber nein guck mal in die kiste mal gucken was drin ist weil wenn was drin ist kann ich wieder zurückkommen unsere weise um was zu nehmen und vielleicht irgendwie bitte verteidige ihn nicht ja wo geht er jetzt hin wo geht denn zu krebs ich krieg gleich kopf krebs ich geh gelb und du blau und hier bist du weh ne hä was bist du mit dem am schreiben gerade ja ich hab geschrieben ich gelb du blau was macht er er geht gelb aber warum geht denn aufgabe ich werde dem ist gerade nicht sorry aber da bekomme ich manchmal zustände da würde ich jemand ließen wirklich die ganze fresse wichsen dass er aah ich glaube da muss ich wirklich ein paar pieptümer rein dreh ach so der kämpft hier was mache ich jetzt will zu blau gehen warum macht er nicht ich fange gleich an zu heulen so du zu behindert ist ja ich schwöre bei gott der ist so behindert geht doch alter falter bist du beschissen ach man jetzt wollte sich hier zurück ja das ist mal wieder endlich eine gute sache die hat weiß sehr schön gg alter ich weggefickt jetzt kommt wieder oder oder doch nicht das blaue team schreibt gar nix kill aura was heißt das was heißt das was heißt das was macht er damit was macht er damit was macht er damit so Leute ich hoffe die Folge hatte ich weil ich hoffe ich habe nicht ein bisschen zu viel rumgeschrien was ich aber wahrscheinlich getan habe und ja wenn euch das Video gefallen dann könnt ihr mir natürlich einen Daumen nach oben da lassen und zu selbst kanal gibt es in die Gemeinschaft wir sind uns bei der Liebe vorgeschaut wir sind alle